Ich wünsche einen wunderschönen guten Tag und damit herzlich willkommen zurück zu Portal 2. In der letzten Folge haben wir ultralange, ultraschwere... ...Selbstverstörung, Problem gelöst. Noch ein letztes Beben der alten Zeiten wegen. Zwei, noch ein bis zwei davon, nur zum Spaß. Warnung, Kernüberhitzung, Kernschmelze... Er kann seinen Job behalten, ich bin ja kein Monster. Hör einfach nicht hin und teste weiter. Ja klar. Ich habe schon wieder keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich muss fest sein, warte. Ich habe das Gefühl, das könnte mich töten. Sicher bin ich mir aber nicht. Fährt das nicht erst, wenn ich wieder den Laser da unten hin mache? Komm, komm. Stopp! 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 Wo kommt der Kuhbus her? Hallo? Stopp! Wo kommt... Aber, ach, der Kuhbus kann durch. Ich frage mich, wie ich den kriegen soll. Also einfach als Frage. Ich hole mir den jetzt wieder rüber. Ey, wenn das mit diesen Portalen sich nicht bessert. Meine Güte, echt? Echt? Immerhin nicht alles von vorne. Kann ich mir das mal bitte ganz kurz appreciaten. Diesen Kuhbus! Hab keine Ahnung, wo der hin muss. Oh, ich weiß auch, was ich machen muss. Ich muss... Ja. Dann... Muss ich hier rüber. Das ist so ein Müll. Das ist so ein Müll. Das ist so ein Müll. ... Das war's. Ähm. Cool, der Laser kommt gar nicht auf meine Höhe. Ey, es macht überhaupt keinen Spaß mehr. Das Spiel war am Anfang noch cool. Aber jetzt ist es einfach nur noch total unnötig. Mann! Was, wenn ich den Laser einfach dahin mache? Er ist auf der Höhe. Okay. Okay. Warum? Okay, immer noch nichts. Und bald tut mir leid, der Fahrstuhl funktioniert nicht. Er ist geschmolzen. Ich kann dir eine Führung anbieten. Zu Linken. Nein. Nein. Ja, bitte. Ich bin voll dafür. Ich weiß nicht, ob ich hier rein sollte. Wir gehen einfach mal da rein. Wird schon nicht falsch sein. Ich muss mehr trinken. Mir tut alles... Ja, die Flasche ist ein bisschen kaputt. Schaut euch die letzte oder vorletzte Folge an. Toll. Ich bereite gerade einen Test vor. Für dich, logisch. Für wen sollte ich es sonst machen? Also, wollen wir mal sehen. Ausgang, Ausgang, Ausgang. Es gibt keinen Ausgang. Kein Problem. Ich mache einen Ausgang. Für deinen Test. Ja, ich mache jetzt einfach das, was am... Ben! Sehr gut. Weiter geht's. Das ist komplett die falsche Richtung, ja? Nein! Hässliches Mist! Ach, komm! Mülleimer. Echt? Du schießt jetzt mit Orange, ja? Wem? Solche Aggressionen. Ey, wenn das Spiel irgendeine Hülle hätte, die Hülle wäre schon fünfmal kaputt. Warst du den jetzt so einen blöden Eingang? Verstehe. Ich kann das nicht verteilen, aber das interessiert ja keinen. Wheatley, du bist so dumm. Ich muss das doch auch irgendwo hin verteilen können. Wheatley, du Depp. Oh, nein. Sag bloß, ich muss das jetzt so mit diesem... Das überhaupt... Wer hat sich diesen Quatsch ganz ehrlich ausgedacht? Irgendeiner der Entwickler muss sich da ja hingesetzt haben und sich denken... Was eine fantastische Idee. Ich sterbe. Weil ich nicht mehr weiß, wo ich hin muss! Du bist der Welt. 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 Ich habe nichts besseres in ihrem Leben zu tun, als die Zeit damit zu verschwinden. Ich sag's euch, wenn ich das Game einmal durch habe, ich spiel's nie wieder. Portal habe ich jetzt schon, ich glaube, 10, 15 Mal gespielt. Portal 1. Ich werde Portal 2 nie wieder spielen. Das ist so ein Drecksspiel. Okay. Ach, ich war einfach zu langsam, oder? Ich komme da einfach nicht hin. Weil ich bin zu dumm dafür. Ich bin zu allem zu dumm. Soll ich denn noch rennen? Von hier nach hier, oder was? Ich kann noch nirgendwo ran. Ich kann hier nirgendwo ein Portal setzen. Ich kann... Wofür gibt es denn den Walkthrough, den ich im Hintergrund offen habe? Genau, weil ich zu dumm bin dafür. Ja klar. Hier wird das einfach nicht geladen. Weil ich es nicht angeguckt habe. Ja, kenne ich. Ich muss hier rüber. Ich muss eigentlich da hin. Wenn ich impfe... Ja, irgend so ein Ding. Nee, ich kann impfen. Ich hasse dich. Wir haben das doch jetzt verteilt. Wir können das doch jetzt permaaktiviert lassen. Ich sag euch, wir werden trotzdem sterben. Wehe, das zählt nicht als Ding. Wofür habe ich das jetzt gebraucht, diese Geschwindigkeit? Ich brauche sie hier hinten. Ich brauche die nicht. Schön, dass ich jetzt hier bin. Das bringt mir auch so potenziell viel... Macht auch keinen Sinn. Ich habe keinen Sinn. Doch, wir brauchen hier... Das ist total... Hallo? Ja, ja. Ich muss das nachher muten. Ich sag's euch, dass es so übersteuert, dass ich es nachher wahrscheinlich muten muss. Ich habe aber überhaupt keinen Bock mehr. Es macht überhaupt keinen Spaß. Mute den Teil nachher, weil... Mikrofon ist wahrscheinlich übersteuert und das... tut nur in euren... Ich habe keine Lust mehr wirklich. Ist die letzte Aufnahme für heute. Nach der jetzigen Test-Cum oder was auch immer das ist, höre ich auf. Irgendwie traurig wäre. Oh, wenn es jetzt der... Ist es der... Entschuldigung, mein Fehler. Toll, Mann. In jedem Fall glaube ich, wir werden uns töten. Mach weiter. Nur noch drei Kammern bis zur Riesenüberraschung. Ich will nämlich hier treffen. So. Der Ausgang ist da. Oh. Ist das... Ist das eine gute Prediction? Das war ein Fehler. Das waren... Ich komme hier... Ich komme hier nicht mehr weg. Aha. Ich finde es auch cool, dass ich hier festsitze und auch selber nicht mehr wegkomme. Bitte wie? Schön, dass es Sprunggel gibt. Das... Das ich aber nicht benutzen kann. Weil ich hier keinen Knopf drücken kann. Jeeha! Ey, das... Das Spiel... Ganz ehrlich, weißt du? Ich weiß, wie das hier runterkommt. Das ist alles... Weißt du, wenn wir da drüben sind, kommen wir nicht mehr zurück. Deswegen ist das da drüben. Das ist einfach nur... Scam. Das will uns baiten. Schön, dass ihr mich erzielen könnt. Ja. Ja. Schön für euch. Ich kann den Knopf nicht... Ich kann den Knopf da vorne nicht drücken. Das heißt, es bringt mir gar nichts. Hab ich... Ich hab ja nicht mal einen Block zur Verfügung. Ich... 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 Und das... Will kann ich nicht. Also ich habe keinen Block zur Verfügung. Soll aber einen Knopf... Bitte, wie komme ich überhaupt darüber? Ja, wenn das offen ist. Das ist offen, wenn ich hier den Knopf drücke. Aber ich muss jetzt mal die wegmachen. Und dazu muss ich hinter die. Aber ich kann nicht hinter... Öh. Keine Ahnung. Ja. Dafür gibt es ja die Technik des Knicks. Okay, Leute. Wir sind... Wir sind wieder... Wir sind wieder da. Down. Okay. Okay. So. Oh ja, genau das. So. Und dann... Muss man da irgendwie mit Speed raus. Ich habe keine Ahnung. Nein, man muss nicht mit... Doch, man muss mit... Warte. Nicht, wenn ich das hier hinsetze. So. Wie komme ich aus diesem Ding... Mit genug Geschwindigkeit raus... Darüber schießen zu lassen. Genau richtig. Gar nicht. Ey. Ich habe das eine gelöst durchs Walkthrough, ja. Und zwar, wenn ihr da seid, könnt ihr euch da so ein bisschen Gel platzieren. Und dann könnt ihr hochspringen in den Strahl und zurückgehen. Ja. Das hier... Das hier alles ist total unnötig. Und dann seid ihr hier. Und dann sollt ihr weitermachen. Sonst nichts? Wenn man von irgendwo, von weit oben, auf eine Fläche runterfallen kann. Ja. Nö. Vergesst es. Ähm. Also ihr könnt mit den Portalen hier rüber. Und dann müsst ihr mit den Dings da so die Brücke machen. Und dann kurz bevor das Ding hier ist, einfach loslassen, runterfallen lassen. Dann müsst ihr das da aufsaugen. Bis hier hoch, ja. Zurückleiten. Dann dahin schießen und vorwärts leiten. Und dann über einen Moment hier loslassen, um die runterfallen zu lassen. Genau. Und wie es jetzt weitergeht, sehen wir, ähm, gleich. Ganz kurz. Ich liebe das, wenn die Leute in ihren eigenen Walkthroughs keine Ahnung haben, was sie machen müssen. Es ist schon wieder zum fünften Mal derselbe Müll. Zum fünften Mal. Muss man sich mit diesem Ding hochboosten. Dahin und dann rüber. Ob es funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Oh, du hast es gelöst. Schön. Wie schön für dich. Er ist unerklärlicherweise plötzlich so fröhlich und sollte doch wegen des Testentzugs eigentlich fast irre sein. Und er hat eine Überraschung für uns. Was hat er dort gefunden? Das weiß ich nicht. Aber das sehen wir in der nächsten Folge. Ich habe totales Halskratzen vom Rumschreien. Ähm, wir sehen uns. Ich speichere das jetzt. Ich fahre nochmal durch das Ding durch. Wir fahren noch kurz durch das Ding durch. Sobald wir oben ankommen, drücke ich auf Speichern, bevor noch irgendwas lädt. Weichert der jetzt mal hier? Wenn ich die Kammer vorher nochmal machen muss, dann... Ja. Auf jeden Fall, Leute. Das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, zeigt es gerne mit einer positiven Bewertung. Mir hat es überhaupt nicht gefallen. Ich habe keinen Spaß mehr an dem Spiel. Überhaupt nicht. Ich zwinge mich da jetzt nur noch durch dieses Let's Play fertig zu machen. Und dann ist es gut. Bis dann, Leute. Und ciao.